Be free! Hi, ich bin Ladina Pfister. Ich gehe in die Heilte Bezau. Ich komme aus Dora Bira, bin 16 Jahre alt und fahre jeden Tag bis auf Bezau hinein, nur damit ich in die wundervolle Schule gehen kann. Das ist zu überzogen. Ganz unten ist die Aula und neben der Aula ist auch die Lebenshilfe, die jeden Tag Brötchen und Mittagessen für die Schüler macht. Abgesehen davon, dass Brötchen echt super sind und ein Lebensretter für alle Pausen sind, ist es einfach so super, dass es eine erbevolle Lebenshilfe ist und dass es einen Teil anspricht, der sich normalerweise immer schwer tut. Mein absoluter Lieblingsmoment in meinem letzten Schuljahr schon war auf jeden Fall der Ausflug in die Schokofabrik in die Schweiz. Das war mit unserer Servietlehrerin und der ganze erste Heilte. Aber das war so cool, man hat überall Schokolade probieren können und das war schon ziemlich besonders. Das war so cool, man hat auch schon ein paar Jahre. Und das war so cool, man hat auch schon eine Pfeilung. Untertitelung des ZDF, 2020